Bismillahirrahmanirrahim Das heißt das Make-up und sonstiges, das Schminken Sie sollen das nicht auf ihre Gesichter auftragen Sondern sollen sich viel mehr neutral auf der Straße begeben Und daher schmücken sich die Frauen nicht für draußen Wallahu ta'ala, a'la, wa'ala Sprich, mein Gebet, mein Opfer, mein Leben und mein Tod gehören Allah Das heißt das Make-up und sonstiges, das Schminken